Ich wollte noch, ähm, ich bin neu hier und ich wollte euch mal mitnehmen zu Tokawoka. Und ja, ich habe schon eingerichtet. Ich mache die Wurmtour, wenn es fertig ist. Und ja, wir sehen uns, wenn es fertig ist, oder? Nee, komm, wir machen einfach jetzt so. Pflanze. Hier kommen die Dinger, wo man anziehen kann. Da kommt dann gerade meine Kuscheltiermütze. So. Tasse. Die kommen in den Müll. Damit kann ich angeblich Schleim machen. Aber nur angeblich. So, nee, wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt fertig geworden. Und ich mache euch die Wurmtour Bad. Küche. Mein Zimmer und mein Freund und meine Kleine, also meine Kleine. Und da ist das Wohnzimmer. So. Den nächsten Teil gibt es morgen oder so. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.